Hallo, ich bin Banda Desmaili vom WDR4U-Team. Etwa 3200 minderjährige Flüchtlinge in Deutschland werden vermisst. Diese Zahl hat meine Kollegin Karin Bench vom Bundeskriminalamt bekommen. Wer sind diese Jugendlichen? Ja, das sind vor allem ältere Kinder und Jugendliche. Die meisten kommen wohl, so haben mir Hilfsorganisationen gesagt, aus Syrien und Afghanistan. Und die sind eben auf der Reise sozusagen durch Deutschland oder vielleicht auch in andere europäische Länder. Das heißt zwischen 16 und 18, so die meisten? Es gibt in dieser Statistik tatsächlich Kinder bis 13. Davon sind ungefähr 900 im Moment in Deutschland offiziell als vermisst gemeldet. Und die andere kategorie geht dann bis 17. Und die meisten sind es für die meisten von Syrien und Afghanistan. Die meisten sind von Syrien bis 18. Und die meisten von Syrien bis 18 bis 18. Warum sind Sie verschwunden? Was weiß man darüber? Wie viele haben Ihnen gefrucht? Man muss generell sagen, man weiß sehr wenig. Und das ist tatsächlich auch ein Teil des Problems. Man weiß einfach bei vielen nicht, wo sie tatsächlich abgeblieben sind. Das können ganz harmlose Gründe sein, dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die ohne ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind, bei ihrer Einreise mehrfach registriert worden sind. Vielleicht hatten die komplizierten Namen und dann fälschlicherweise wurden die zweimal unter verschiedenen Namen registriert. Das heißt, hinter zwei Namen steckt eigentlich nur ein Kind oder ein Jugendlicher. Es kann auch sein, dass die zum Beispiel aus den Jugendhilfeeinrichtungen, wo die dann ja unterkommen, wenn sie ohne Eltern hier in Deutschland angekommen sind, dass sie dort weggelaufen sind und sagen, ich habe ja Verwandte in einer anderen deutschen Stadt oder vielleicht auch in einem Nachbarland von Deutschland und dann dorthin gegangen sind. Das sind so zwei mögliche Fälle. Es gibt aber auch noch andere. Ja. 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 Also die werden zum Beispiel, so haben mir Hilfsorganisationen gesagt, als Drogenkuriere missbraucht, kann man sagen. Gerade die Jüngeren werden da offenbar für genommen, denn wenn man unter 14 ist, dann ist man in Deutschland noch nicht strafmündig. Das heißt, man hat keine Strafe zu erwarten. Und das Zweite ist, was mir eben gesagt worden ist von den Hilfsorganisationen, dass es auch einzelne Fälle gab, in denen diese Kinder zum Beispiel zur Prostitution gezwungen worden sein sollen. Und das sind die Jüngeren, die sie nicht mehr besprochen werden können. Denn die Jüngeren und die Änderung haben, sehr sehr stark ist. Die Jüngeren werden auch ein Bild von ihnen verbrechen und die Möglichkeit, die aus der Bandschleifung, 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 aus der 14 ist. weil die Menschen unter 14 Jahren sind, wenn sie eine Gemeinschaft machen können, dann wird es nicht gescheitert und sie werden nicht in Ordnung. Eine Frage ist, dass sie vielleicht in diesem Fall kommen können, und eine Frage ist, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie aus den Bandschiffen von den Bandschiffen werden. Das deutsche Kinderhilfswerk hat Kritik geübt, dass die Polizei nichts unternimmt, um diese verschwundenen Jugendlichen zu finden. Was sagt die Polizei dazu? Ich habe tatsächlich hier das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen mal angefragt, denn die sind für die Polizeiarbeit hier im Land zuständig. Und dort hat man mir gesagt, die Polizei geht eigentlich jedem Fall eines vermissten Kindes oder Jugendlichen nach. Übrigens egal, ob das ein Flüchtling ist oder ein anderer. Aber das deutsche Kinderhilfswerk sagt, die Polizei tut da nicht genug. Also sie müsste eigentlich viel intensiver fahnden nach diesen vermissten, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen. Und sie müsste auch viel vernetzter arbeiten. Zusammen zum Beispiel mit dem Deutschen Roten Kreuz, die auch Hilfsaktionen und Suchaktionen starten. Oder auch zum Beispiel mit den Jugendhilfeträgern, also da, wo die Kinder tatsächlich vor Ort untergekommen sind. Die Polizei sagt, dass jeder jemand, das sei selbstverständlich, was er gar nicht mehr, was er gar nicht mehr, was er gar nicht mehr. Und sie können sich das nicht mehr, was er gar nicht mehr, was er gar nicht mehr. Ich werde diesen Thema weiterfahrehen, weiter recherchieren und weiter versuchen, an diesen Jugendlichen und älteren Kindern zu beherren, wie du das Thema hast? Wie bist du diese Themen weiterfahre? Ich werde also an dem Thema weiter dranbleiben. Ich werde es weiter recherchieren und auch weiter versuchen, an diese Jugendlichen und älteren Kinder heranzukommen, die eben als vermisst gelten, um zu schauen, wo sind die, wo sind die abgeblieben, geht es denen gut, oder sind die vielleicht auch in einer Notsituation, und da wäre es super, wenn sie sich melden würden über WDR4U. Vielen Dank für die Infos und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.